Wenn du in Bitcoin Beginner bist und du suchst irgendwie ein Tutorium, ein Workshop oder einfach einfach ein Lernprogramm, um zu lernen, wie du ein Mobile Wallet auf deinem Handy, auf deinem Smartphone, sei es iPhone oder eben auch wie die meisten Android installieren möchtest, sichern möchtest und das auch bedienen möchtest, dann ist dieses Video für dich. Das ist hier ein Teil von einer fünfteiligen Serie eines Tutoriums von und mit EconoAlchemist, den du auf Twitter auch finden kannst und seine Artikel kannst du sowohl auf seiner Website econoalchemist.com als auch auf bitcoinmagazine.com finden. Auf Twitter findest du ihn unter dem Twitter-Handel EconoAlchemist. Gut, also gehen wir es mal an. Ich werde hier dieses englischsprachige Tutorial, das ich mit EconoAlchemist vor kurzem gemacht habe, auf Deutsch übersetzen und zwar in einer möglichst komprimierten Form, weil das ganze Tutorial hat etwa eine Stunde, 20 Minuten insgesamt gedauert und ja, und da möchte ich einfach nur vielleicht bei bestimmten Segmenten Zusammenfassungen geben. Gut, also es ist ein Bitcoin Wallet für Anfänger und zwar für jeden von euch, der ein Android-Phone hat, ein iPhone bzw. ein Desktop. Also das ist ein Teil von mehreren Teilen, wo er eben konkret auf diese Themenfelder eingeht. Gut, also gehen. Ich werde ein bisschen vorspulen, weil da hat er nämlich viel, noch vorher viel Aufklärung betrieben über KYC, nicht KYC, worauf man achten sollte und so weiter, was aber jetzt nicht unbedingt spezifisch ist. Und das sind sozusagen die verschiedenen Themen, die er auch insgesamt abhandelt in den verschiedenen Artikeln auch von ihm, die auf bitcoinmagazine.com veröffentlicht wurden. Also warum Selfcaster, warum Selberverwarn, Samurai Wallet, Blue Wallet, Sparrow Wallet, also das werden wir nochmal alles machen. BISC, das ist eine dezentralisierte Handelsplattform, wo du eben Bitcoin kaufen, verkaufen kannst und die, also am besten nicht verkaufen, sondern nur kaufen und die Schlussfolgerungen. Ja, und er sagt eben, dass er eben von keiner dieser Firmen oder Wallets in irgendeiner Weise, also gesponsert oder dergleichen oder gefördert wurde. Also Samurai Wallet, übrigens gibt es eine Telegram-Gruppe unter, das werde ich alles in den Shownotes haben, t.me//samuraiwallet. Gut, dann gehen wir ein bisschen noch weiter. Also warum Selberverwarn, weil eben aufgrund der verschiedenen Erfahrungen Drittparteien können nicht vertraut werden, wie zum Beispiel Quadriga, Mt. Gox, also das sind alles sehr legendäre negative Erfahrungen, die da Leute gemacht haben, die schon sehr, sehr früh mit Bitcoin angefangen haben. Es sind immer die Exchanges, ja, dieser Plattformen, die eine Schwachstelle sein könnten oder waren. Aber es gibt auch sehr seriöse Plattformen, wie zum Beispiel Kraken oder, also auch wenn es jetzt mit KYC ist, wo man sich selber identifizieren muss. Also es gibt auch keine Einlagensicherung oder dergleichen, also keine FDIC-Insurance-Versicherung, auch keine, und dass die Nutzer sich auch, wie sie sich gegen Rehypertisierung, Rehypertication, also sozusagen das Wiederherborgen von Assets. Viele dieser Exchanges, wie gesagt, erfordern eine KYC und die Zurechenbarkeit, die Haftungsfragen stellen sich auch, was ist, wenn es zu einem Datenbruch, zu einer Datenverletzung kommt. Ja, also KYC-Daten erlauben nämlich den verschiedenen Behörden und so weiter ein potenzielles Verbot oder eventuell auch eine unrealisierte Kapitalertragsteuer. KYC-Daten machen wirklich sozusagen die erlaubnislosen Eigenschaften von Bitcoin obsolet. Wenn man mal auf so einen Exchanges ist, dann muss man sich eben verifizieren und damit ist es dann nicht mehr wirklich erlaubnislos. Und es öffnet eben Türen und Toren für Zensur. Die Nutzer können auf jeden Fall diese Probleme reduzieren, indem sie wirklich eine radikale Selbstverantwortung übernehmen über ihre Selbsterwahrung und über ihre Nicht-KYC-Bitcoin, also wo man sich eben nicht verifizieren muss. Und der nächste Schritt wäre dann eben, seinen eigenen Bitcoin-Fullnode laufen zu lassen. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein ganz basic Tutorial, Tutorium für Menschen, die gerade mit Bitcoin begonnen haben und jetzt einfach nur ganz simpel und schlicht und einfach ein Bitcoin-Wallet bedienen möchten. Gut, dann gehen wir ein bisschen weiter. Und zwar, ja, da hat der Ikona Alchemist wirklich ausführlich, also wenn sich jemand, das mache ich eben, dieses Video mache ich eben für deutschsprachige, aber falls du die englische Sprache beherrschst, dann solltest du auf jeden Fall das Originalvideo anschauen, das ich mit Ikona Alchemist gemacht habe. Gut, also Samurai Wallet, wie gesagt, er hat auch einen Artikel dazu geschrieben, das ist auf bitcoinmagazine.com, werde ich einen Shownotes hinzufügen und auf seiner eigenen Website ikonaalchemist.com. Gut, dann wollen wir mal, ich werde ein bisschen vorspulen, also zum Downloaden, da gehst du entweder am besten auf samuraiwallet.com-download oder auf Playstore, wobei du aufpassen musst, keine Fake, also das ist relativ leicht zu erkennen anhand der Anzahl der Downloads und so weiter, aber dazu kommen wir noch. Wie gesagt, das ist die Website und dort kannst du es auch downloaden. So, ich werde das ein bisschen begrößern, das Bild. Also das kannst du ja downloaden, beziehungsweise auf Playstore und du kannst das Ganze natürlich auch von, also als QR-Code von deinem Android-Gerät auch scannen. Man kann es auch selber sozusagen zusammenstellen, wenn du etwas technisch versierter bist und zwar code.samurai.io-wallet-samurai-wallet-android-tree-master. So, gut, also gehen wir ein bisschen weiter. Also im Google Store gibt es einfach Select, also Select ist einfach Install und dann öffnen und dort kannst du es dann downloaden, installieren und öffnen. Gut, also das Erste, wozu du gefragt wirst, ist erst einmal für das App und zweitens für das US, für das Operationssystem. Okay, und das erlaubt eben das Scannen des QR-Codes. Ja, also du gehst auf Ja, Erlauben, Allow, also das musst du alles irgendwie bestätigen. Gut, dann gehst du eben zu diesem Slider und wartest auf eine Bestätigung. Dann wählst du, starte eben ein neues Wallet und wenn du Dojo hast, das ist eben wie gesagt, das ist jetzt in einer weiteren Folge, wenn du das Ganze dann mit einem eigenen Dojo verbinden möchtest, damit du nicht sozusagen angewiesen bist auf einen dritten Server von Samurai Wallet, dann kannst du es mit einem eigenen Dojo verbinden. Aber das ist jetzt ein bisschen zu früh. Und das erlaubt eben die Kommunikation des Apps über Tor. Also ja, Enable Tor, Tor erlauben. Gut, als erstes musst du mal eine Passphrase erstellen, jegliche Kombination von Zahlen, Buchstaben und speziellen Charakter, also Symbolen. Und du kannst auch natürlich versuchen, ein Hochentropie-Passwort zu erstellen, das nicht erraten werden kann. Dann bestätige das Ganze und damit niemand sozusagen diese Passphrase irgendwie finden kann, auch ausfindig machen kann. Und dann gehst du auf nächstes, nächstes, bestätigst das Ganze. Dann musst du eben ein PIN-Code erstellen, eine Kombination von Zahlen zwischen 5 und 8, also Ziffern und versuche eben eine PIN zu erstellen, das nicht erraten werden kann. Bestätige das Ganze und dann gehst du, also ein bestätigtes PIN und dann gehst du auf nächstes. Dann solltest du deine 12 Recovery Wörter irgendwie absichern, indem du diese Wörter auf einem Blatt Papier schreibst, sicherst das Papier ab, also verwahrst es auch wirklich gut, wie als wäre es eben dein Schmuckstück oder Gold oder was auch immer, dein Juwel. Und dann, und du machst bitte keine Fotografien, kein Screenshot, kein sonst irgendwas und hebst diese Wörter auf dem Computer auf, auf deinem Handy. Also auf jeden Fall nicht auf einem Computer aufbauen oder abspeichern oder auf deinem Handy. Und niemals diese Wörter mit irgendwem aus irgendeinem Grund teilen. Dein Bitcoin ist so sicher, wie eben deine 12 Wörter, also dein Seed quasi und deine Passphrase. Dann bestätigst du das Ganze und gehst dann auf Return to Wallet, also zurück zum Wallet. Gut, dann kannst du eben dein Payneam, das wird dann auch noch genauer erklären, indem du eben dein Payneam in Anspruch nimmst, Payneam-Adresse und gehst auf Ja. Und Payneams können verwendet werden, um öffentliche Zahlungscodes zu veröffentlichen, ohne sozusagen eine Bitcoin-Adresse immer und immer wieder zu exponieren oder wiederzuverwenden. Ja, aber das macht das Ganze eben, das Wallet macht das Ganze dann automatisch. Ja, also wenn du auf Payneam gehst, dann müsste aber jemand auch eine Payneam-Adresse haben, um eben von einer Payneam auf die andere. Also ich glaube, im Hintergrund versucht man irgendwie, das für andere Wallets auch kompatibel zu machen. Also dass es auch so Payneam-Funktionen gibt für andere Wallets. Aber im Moment geht es nur zwischen Samurai Wallet-User. Gut, dann gehen wir ein bisschen weiter. Gut, dann kommst du eben auf dein Wallet, dein Dashboard. Hier kannst du also diesen blauen Knopf da drücken mit dem Plus-Zeichen. Und da wird dann alles aufgelistet von Whirlpool, Payneams, Send, Receive. Also empfangen, senden, Payneams und Whirlpool zu mixen. Und da kannst du eben diese Sparschweinchen-Zeichen, also das grüne quasi mit dem Sparschweinchen-Symbol anklicken, um eine neue Adresse zu generieren. Gut, und um Bitcoin zu bekommen, kannst du eben den QR-Code jemandem zeigen. Und da kann eben jeder dann deinen QR-Code, ja, also abscannen, einscannen und dir Bitcoin damit senden. Oder du kannst auch einfach die Adresse oder den Adresstext kopieren und es jemandem anderen schicken. Oder du teilst eben deine Payneam-Adresse, wenn jemand anderem das auch hat. Also jeder, der deine Adresse hat, kann dir Bitcoin von jeder Bitcoin-Adresse, von ihrem Bitcoin-Wallet senden. Gut, dann gehen wir ein Stück weiter. Also das sind eben diese Werkzeuge, die dir zur Verfügung stehen. Samurai-Wallet-Nutzer können eben in privat erhöhten Transaktionen, Privatsphären erhöhten Transaktionen wie Stonewall X2 Transaktionen kooperieren. Und wenn du deine QR-Code als Empfänger nutzt, kann dir eben der Sender, jemand, der dir das, also Bitcoin senden möchte, deine Payneam-Adresse verwenden, um mit dir zu kollaborieren und um dir eben Bitcoin zu schicken, zu senden. Gut, dann gehen wir ein Stück weiter. Hier sieht man eben die Transaktionsdetails, indem du zum Beispiel auf Transaktion gehst. Ja, also wenn du auf Transaktionsdetails gehst, selektierst du Transaktionen in deinem Wallet und dann werden dir sämtliche Transaktionen, Transaktionsdetails angezeigt. Und zwar wird das mit OXT quasi gemacht dann. So, dann gehen wir ein Stück weiter. Und hier sieht man eben, wie diese Transaktionen ausschauen. On-Chain mit acht Inputs, vier Outputs. Zwei dieser Outputs sind identisch. Eins davon ist das tatsächlich Ausgegebene. Und das andere ist so eine Art, ja, künstliche Transaktion oder ein Decoy quasi, nennt man das, ja. Das quasi gefakt wird, ja, um eben die Privatsphäre alle, das ist, dient alles nur dazu, um die Privatsphäre zu erhöhen. Aber dazu werde ich jetzt nicht allzu sehr ins Teil gehen. Ich möchte einfach nur die praktischen Aspekte hier, der Bitcoin, der Samurai Wallets einfach nur aufzeigen. Und damit wird eben dieses gemeinsame Besitzheuristik aufgebrochen, ja. Also man kann das dann nicht mehr zurückverfolgen. Gut, dann gehen wir ein Stück weiter. Gut, also wie kannst du ein Bitcoin mit Stonewall X2, heißt das, eben ausgeben? Also indem du einen, einen, einen jemanden findest, ja, der mit dir kollaboriert und ein Privatsphären erhöhten Transaktionen mit einem anderen Samurai Wallet Nutzer machst, um eben eine dritte Partei, einem, ja, einem dritten Nutzer Bitcoin zu senden. Also indem du auf, wieder auf dieses blaue Zeichen vorhin gehst, ja, und daneben wird das hier aufgelistet und dann wählst du eben das Pluszeichen, selektierst, senden, ja, und dann eben Kahoots und gehst auf Kahoots, ja, wie du hier siehst. Da kann man eben, ja, die Adresse eingeben, Bitcoin, Menge und so weiter. Gut, und hier kannst du eben deine Bitcoin mit Stonewall X2 senden, ausgeben, indem du Stonewall X2 selektierst hier und dann auf Online Participant wählst, ja, also Online Teilnehmer auswählst und so schaut das Ganze dann aus. Gut, und hier kannst du eben, hier siehst du, wie man den Bitcoin mit Stonewall X2 ausgibt oder sendet. Du musst nur sicher gehen eben, dass dein Kollaborator auch eben, dass man sich eben gegen sich gegenseitig folgt einfach nur, ja. Das heißt, du selektierst die Payneam-Adresse deines, des Kollaborators, ja, also mit dem du diese Transaktion machst, gehst auf Online Teilnehmer, selektierst also Online Teilnehmer, Participant. Dann scannst du eben die Empfangsadresse, den QR-Code, beziehungsweise du kannst es einfach copy und pasten, ja, einfügen als ganz normale Textadresse. Und dann kannst du zum Beispiel bei einem Blue Wallet, zum Beispiel, ja, kann jeder andere Wallet auch sein, sendest du das an das Blue Wallet, ja, an eine andere Bitcoin Wallet, Mobile Wallet. Gut, dann hier siehst du eben, ja, wie man das Ganze mit Stonewall X2 dann, die Transaktion dann ausschaut. Hier ist die Adresse, der Vertrag, hier ein Sets, quasi wie viele Sets das sind. Dann überprüfst du noch einmal die Transaktion der Teils, wie Empfängeradresse, Menge, die Minergebühren, die Kollaborator und so weiter, ob alles stimmt. Wenn alles gut ausschaut, dann beginnst du eben mit dem Stonewall X2 Transaktion. Und hier kannst du noch manuell die Transaktions, also je nachdem, wie schnell du das haben möchtest, wie, was für eine Priorität die Transaktion haben sollte, wie schnell oder langsam. Aber ich würde nicht allzu, jetzt zu niedrig, ja, aber so, also deshalb wäre es gut, wenn du die immer auf mempool.space, also es kann, es wird alles noch in der Show Notes angezeigt, was zurzeit die durchschnittlichen Gebühren sind. Und so kann man sich danach richten, wie lange etwa eine Transaktion mit welchen Gebühren dauert. Dann gehen wir ein Stück weiter, also Carus ist aktiviert und so weiter. Und wenn alles stimmt, dann kannst du eben auf Beginn Stonewall X2, also die Transaktion beginnen. Und hier sieht man dann eben den Verlauf, ja, die zwei Kollaboratoren, also von den zwei Wallets, werden jetzt, also bauen automatisch die Transaktion auf über Tor, ja. Und wenn die Transaktion dann aufgebaut ist, wirst du dann nach der Konfirmation dann gefragt, nach der Bestätigung. Und sobald es ausgesendet wird, ist es sozusagen anhängend, ja, es ist quasi pending, ja, aber es dauert eine kleine Weile, ne. Und dann zeigt es eben nach relativ kurzer Zeit dann als anhängige Transaktion an im Empfänger-Wallet, ja. Also im Wallet, dass die Transaktion dann erfolgt ist oder hingeschickt wurde. Also es ist auf jeden Fall, Samurai Wallet ist nur jetzt mal für Android-Nutzer erhältlich. Man kann es von verschiedenen Quellen installieren. Es gibt viele wirklich super coole Eigenschaften und Features quasi, man kann eben die Privatsphäre erhöhen, indem man eben diese Werkzeuge nutzt. Und es gibt auch so eine Art eigenes, implementiertes Whirlpool-Coin-Journe-Implementation, wo du mit einem Knopfdruck einfach deine Bitcoin mixen kannst, ja. So dass du wirklich deine Privatsphäre noch weiter erhöhen kannst. Und du kannst es natürlich, und das solltest du auch langfristig, mittelfristig oder langfristig, dann mit einem eigenen Bitcoin-Fullnode mit Ronin-Dojo oder einfach, manche haben das auch im Paket installiert, wie zum Beispiel mynodebtc.com kannst du gehen. Da kannst du das ganze Paket auch kaufen, was wirklich nicht viel kostet. Es ist wirklich, zahlt sich aus, auch als Premium-User, es kostet vielleicht 100 Dollar oder was einmalig. Und dann habe ich das Dojo schon installiert und du kannst es einfach dann dein Samurai Wallet mit deinem Dojo dann verbinden. Und das ist natürlich, dann bist du absolut selbstsouverän und eigenverantwortlich und validierst und verifizierst dann alles selber und bist nicht auf irgendwelche anderen Drittserver angewiesen. So, ich glaube, das war es dann auch schon. Ich werde dann noch kurz vielleicht, ich werde dann vielleicht kurz über den Artikel nochmal kurz drüber schauen. Also es heißt eben Bitcoin Wallet für Beginners, zweiter Teil. Es ist eben eine von mehreren Teilen und ja, und da zeigt es eben an, eben diese Schritte, aber noch genauer, noch detaillierter, wie ich es jetzt gemacht habe, mit Screenshots, eben Schritt für Schritt, was du hier zu tun hast, welche Schritte du überfolgen musst, worauf du achten musst. Vor allem bei der Absicherung, deine zwölf Wörter und Passphrasen, dass du wirklich darauf äußerst, also mit absoluter Sorgfalt das verwahren solltest, aufschreiben solltest, verwahren solltest. Ja, und wie du eben die Transaktionen machst, wie du die Privatsphäre erhöhst, wie du ein Stonewall X2 Transaktion, Kahoot Transaktion und so weiter. Gut, und dann eben die Schlussfolgerung. Ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt damit helfen. Es ist ja ein bisschen schwierig jetzt diesen, ich wollte eigentlich das Video simultan auf Deutsch übersetzen, aber das würde einfach ausufern. Das würde den Rahmen eines solchen Tutoriums sprengen. Ich wollte dir nur wirklich die grundsätzlichen Basic-Informationen mal mitgeben, damit du selber dich damit auseinandersetzt. Es ist, das meiste ist wirklich selbsterklärend. Es ist nur wirklich wichtig. Es geht um die Sicherheit der Privatsphäre, wie du was verwahrst, wie du Transaktionen machst und vor allem, was das wirklich für einen Nutzen hat, diese Samurai Wallet. Ja, weil die sind wirklich absolut top-notch, wenn es um Privatsphäre geht, wenn es um Selbstsouveränität geht und ja, einfach der Schutz vor was auch immer, vor Regierungen, Behörden, vor systematischem Diebstahl oder Konfiszierungen, Konfiskation oder dergleichen. Gut, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Wie gesagt, den Artikel findest du auch auf Bitcoin Magazine, das werde ich alles noch in den Shownotes anzeigen. Econo Alchemist findest du auf Twitter, folge ihm, falls du ihn noch nicht folgst, auf Twitter.com-econoalchemist. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen weiterhelfen. Ich werde noch weitere Tutoriums oder Workshops machen mit Econo Alchemist, so Sparrow Wallet, BISC, Blue Wallet werde ich noch vielleicht auf Deutsch übersetzen. Einfach nur die grundsätzlichen Schritte, Funktionen und weil das meiste ist wirklich selbsterklärend. Sondern es ist nur, ich glaube, wichtig, einfach nur zu sehen, die Screenshots der jeweiligen Schritte und wie du was machen kannst. Vor allem, weil es eben sehr viele Deutschsprachige gibt, die eben kein Englisch sprechen. Aber es wäre gut, wenn, weil ich glaube, so viel ich weiß, Blue Wallet ist zum Beispiel schon auf Deutsch übersetzt, aber Samurai Wallet, das gibt es nur auf Englisch, soweit ich informiert bin. Gut, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Bitte abonniere meinen YouTube-Channel, meine Podcast-Plattformen, falls dir irgendeine der Episoden gefallen haben sollte, eine der Interviews, bitte gib mir eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder iTunes. Folge mir auf Twitter, Kevan Davani. Du kannst mir auch auf LinkedIn folgen oder auf Facebook, wenn du möchtest, auf Telegram, Kevan Davani. Auf Twitter auf jeden Fall und danke für deine, ja, für deine Loyalität, für dein Interesse, für das Weiterverbreiten dieser Informationen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.